Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders, TDFLP, hier euer Ding am Start. Wir sind letztes Mal stehen geblieben bei diesem Aufzugrätsel, so nenne ich das mal jetzt. Und ich denke, wir waren schon auf dem richtigen Weg, nur wir müssen immer auf die Dächer des Aufzugs kommen. Wenn wir das schaffen, dann können wir lockerflockig, denke ich, das Rätsel lösen. Das Ding ist, wir müssen die erstmal runterkriegen, alle. Und dann müssen wir, ich glaube, immer tauschen. So, dann machen wir das erstmal so, wie ich mir das gedacht habe, die erstmal runter. Dann kommen wir hier lockerflockig hoch. Kommen wir auch hier lockerflockig hoch. Kommen wir hier, kommen wir hier lockerflockig aufs Dach. Kommen wir hier lockerflockig aufs Dach. Gut Jetzt Setzen wir Jetzt fliegen wir erstmal runter, weil der grüne Knopf mal wieder nicht geht Das brauchen wir erstmal nicht, das Portal Ah, so, hier kommen wir locker drauf Da kommen wir auch locker drauf Also hier müssen wir auch locker drauf kommen Sehr gut, das heißt hier kommen wir auch locker drauf So Jetzt Sind wir auf dem letzten Ding drauf Wir müssen aber irgendwie das Ding runter kriegen Und müssen dann trotzdem nochmal hoch kommen Alles, wir schießen hier runter ein Schießen kurz einen weg, weil irgendwo noch ein scheiß Portal offen ist Ich weiß nicht wo Ach ja Schön Fick dich So Jetzt können wir da eins drunter setzen Dann fliegen wir hier rüber Fliegen wir hier rüber Dann können wir einfach ganz geschmeidig eins hier drunter setzen Nee, wir müssen das raussetzen Okay, warte Oder? Ja, ich glaube, die bewegen sich hin und her, aber Nee Okay, warte Stopp Ich bin so nah und auch so fern For real? For real? So So Jetzt einfach raus mit dem Ding Und dann haben wir es geschafft So Das ist der ganze Trick bei der Sache gewesen Man musste auf das Dach des Käfigs Des Aufzugs Was auch immer So, dann sind wir hier oben Können wir dann locker flockig hinfliegen Und da ist auch gleich Ein Lebenskistchen Das wir natürlich aufmachen werden Gehen wir hier durch Das Tor hier Na Sieht schön aus Schade Was gibt's hier? Ja Mein Spiel ist abgestürzt Wundervoll Super Geil Hammer Top room 2 4 5 5 5 6 5 Vielen Dank.